... zum reichen Berührungsstrecken aufreißen. Was für ein Maßstab ist das? 1.8. Nein, das weiß ich. 1.8. 1. 1. 2. 3. 3. So, mittlerweile ist also hier der Schaufelanbagger. 3. 5. covid! 3. 6. 7. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 2. Untertitelung des ZDF, 2020 Beifall bei der LINKEN und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN